Jo, liebe Zuschauer, Leute, bitte hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Aber heute tragen wir den UAC in uns. Aber nein, stop. Wir spielen kein UAC, denn wir spielen in Skywars. Nur mit dem UAC-Kit. Dieses besondere Kit startet mit An Iron Chest Plane, Iron Shower, Goldapfel, Fleisch, Wasser, Lava, Stein. Ja, Leute, hinter diesem Kit steckt eine inspirierende Geschichte. Denn ich muss ehrlich sagen, ich lag letztens im Bett, hab an dieses Kit gedacht. Oh, ne, in meiner Hose ist ja etwas geschehen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Dieses Kit startet mit Protection 3 auf einer Iron Chest Plane. Das heißt, man muss sich keine Diabos-Platte machen. Das ist schon mal sehr krass. Oh, da vorne ist ein... Oh, komm her. Und so ein Golden Head hat man auch so. Das ist wie so ein Insider-Gag. Oh, was will der jetzt? Hallo, servus. Ja, ich bin zerfritzt und wer bestimmt... Der jetzt mal runter? Hallo? Oh, dieses Spiel kann ich auch spielen. Oh, das war... Oh, so ein dunkler Ort. Ich weiß, wenn es dir gefallen könnte. Das geht doch nicht. Und... Super spezieller, krasser TT-Wus. Oha, das war jetzt auch eine kritische Situation. Wie alt ist diese Map hier eigentlich schon? Die gibt es doch auch schon ewig, oder? Oh, ein Ender-Schmörl. Ab in die Mitte! Oh, lecker. Oh, hier sind noch andere Leute. Ah, ich will nicht sagen, dass ich gerade ein bisschen Druck habe, aber ich habe schon ein bisschen Druck. 2.000 Jahre später. Oh, ey. Kann ich den nicht schlagen, oder was ist da los? Ender-Schmörl. Oh, no, 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 no. Oh, da sind hier viele Leute. Mach mal mal halblang. Servus. Mische ich mich mal hier in die Party ein, ne? Oh. Bruder, da muss ich aber wieder los. Ciao. Hat Spaß gemacht. Das hast du gut gemacht. Sei immer bereit, denn Legenden sterben nie. Oh, ich sehe da vorne, ist irgendwas abstopp-bereit. Ne, machen wir uns bereit. T-T-Mos. Oh, entspannt. Oh, ich sehe da vorne, ich sehe da vorne, ich sehe da vorne. Digga, was war das denn für ein Kampf, man? Warnso. Ja, Leute, das soll es dann auch wieder von einer glorreichen Folge Minecraft Sky Wars gewesen sein. Wir haben zwar nicht den epischen, aller epischen Sieger erzielt, doch wir sind die Gewinner der Herzen. Abgesehen davon ist heute ein schöner Tag, deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einer Bewertung. Dieses Kiddespitze, kauft es euch nicht, sondern fangt euch an, sucht euch ein Leben. Haut rein, macht's gut, abonniert meinen Kanal und ciao.